Jetzt der Vollprofi-Bierschenkautomate vom Pit entwickelt. Und jetzt bleibt man anstecken. Made in Germany. Das kann schon sein. Das ist wie das Made in Germany. Das ist richtig deutsch. Die Schwaben sind einfach die Tiftel. Der Pit ist oben die Tiftel. Und rein über Mechanik, gell? Ja. Alles gesteuert. Alles rief hoch da. Ja, ja. Das ist jetzt gut. Das ist top. Jetzt kommt dann die Drehbewegung. Das ist ja auch geil. Ein Schaum. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Das hat mir auch noch keine Bier eingeschenkt. Das war gut. Aber super, gut. Das war gut. Hey, Aschdreine. Aber super. Ja, so ist er gut erfahren. Super. Ja, ja, ja. Siehst, kommt noch auf ... Das ... Ja, ja. Es kommt auf alles ein wenig an. Gutes. Bitte an Tisch 17 bringen. Ja. Ja, ja.